Insider verkaufen Aktien wie lange nicht und eine Großbank warnt, die Korrektur wird aus dem Nichts kommen und Anleger komplett auf dem falschen Fuß erwischen. Kurspotenzial nach unten, mehr als 20%. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse und die Börse läuft weiter heiß. Es ist fünfter Monat in Folge im Plus und da fragen sich natürlich jetzt viele, wie lange kann das noch gut gehen und JP Morgan warnt, die Korrektur wird aus dem Nichts kommen und einige Anleger komplett auf dem falschen Fuß erwischen. Was die Großbank da konkret fürchtet, wie ich das einschätze, Geldideen und Co. Wir legen sofort los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und das ist erstmal positiv weiterhin. Der Aktienmarkt erstmal frohe Ostern an alle, die dabei sind bei dieser Rally. Schauen wir mal drauf. Aktien marschieren unbeirrt weiter. Der S&P 500 jetzt fünf Monate im Plus in Folge. Das beste erste Quartal für Aktien seit fünf Jahren und alle Indizes mit einer fünfmonatigen Siegesserie und auch der Russell 2000 im März ordentlich mit 3,4% im Plus. Und die aktuelle Serie des S&P 500 ist schon wirklich beeindruckend. In den letzten fünf Monaten gab es keinen Rücksetzer, der 2% erreicht hat. Und da stellen sich jetzt natürlich viele die Frage, das muss doch jetzt irgendwann mal schief gehen, oder? Und jetzt kommen wir schon zum negativen Aufreger und das ist weiterhin unsere Wirtschaft. Die scheint nämlich einen ewigen Karfreitag zu erleben. Und zwar müssen die Wachstumsprognosen schon wieder nach unten korrigiert werden. Hier sehen wir mal, wie sich das gerade entwickelt. Hier seht ihr das deutsche Bruttoinlandsprodukt auf dem Weg immer weiter nach unten. Jetzt wird nur noch 0,1% Wachstum erwartet. Vor kurzem war es noch deutlich über 1% in den USA dagegen. Musste man weiter nach oben korrigieren. Und auch das letzte Quartal ist wieder stärker ausgefallen als erwartet. Hier, so sieht das momentan aus. Die US-Wirtschaft kann vor Kraft kaum laufen. Und unsere Wirtschaft, ja, ist eher so ein kleiner, mickriger deutscher Gartenzwerg. Und bei uns läuft es schon länger schlecht, wenn wir mal hier drauf schauen. Von 2019 bis 2023 Bruttoinlandsprodukt pro Person und die prozentuale Veränderung. Da sehen wir, Polen macht gerade einen absoluten Durchmarsch. Auch in den USA läuft es gut und auch in einigen anderen europäischen Ländern wächst. Zumindest, ja, bei uns geht es in die falsche Richtung, nämlich rückwärts. Aber unsere Regierung hat natürlich Wichtigeres zu tun, zum Beispiel um die Homöopathie streiten. Da hatte Karl Lauterbach eine, wie ich finde, sinnvolle Idee, nämlich die wissenschaftlich völlig sinnfreie Homöopathie nicht mehr als Kassenleistung zu akzeptieren. Aber da waren die Grünen, die selbsternannte Wissenschaftspartei, da waren sie gleich auf dem Barrikaden. Druck von Habeck und seiner Staatssekretärin Sonja Hajduk. Und jetzt bleibt die Homöopathie erstmal Kassenleistung. Hier seht ihr gerade Live-Bilder unserer Regierung dabei, die richtig wichtigen Probleme zu lösen. Legalisierung von Cannabis, Homöopathie bleibt eine Kassenleistung. Und dann muss man natürlich auch noch den DFB kritisieren und sich einmischen, welche Trikots da getragen werden. Da schließe ich heute mit einem Zitat vom genialen Daniel Kahnemann, der leider in der letzten Woche verstorben ist. Und zwar, wir sind blind, was unsere Blindheit betrifft. Wir haben nur eine sehr geringe Vorstellung davon, wie wenig wir wissen. Wir sind nicht darauf ausgelegt, zu erkennen, wie wenig wir wissen. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Woche. Beating Beta 2.0. Leute, wir haben unsere exklusive Investmentplattform neu gelauncht, in neuem Gewand. Wir sind sehr stolz drauf und liefern euch jetzt noch besseren Content und Mehrwert. Und jetzt gibt es eine einmalige Chance für euch, nämlich unsere Osteraktion zum Spezialpreis von 299 Euro. 40% Rabatt könnt ihr euch jetzt ein Jahresabo sichern. Und was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt jeden Tag Daily Briefing, die wichtigsten Informationen von der Börse, exklusiv von mir auf euer Smartphone. Ihr bekommt unsere Musterdepots. Da haben wir natürlich unser KI-Depot. Wir haben Dividenden, aber es kommen jetzt auch viele neue Depots dazu, wie Burggraben und Deep Value. Dann haben wir natürlich exklusive Auswertungen, die Live Talks mit den besten Experten und, und, und. Es ist so viel in der Pipeline. Und Leute, das ist gerade mehr für 82 Cent pro Tag. Also der Preis ist wirklich ein absoluter Witz. Und als wäre das nicht schon genug, gibt es jetzt auch noch ein Goodie obendrauf. Ich kann es eigentlich selber kaum glauben. Für nur 299 Euro Jahresabo, 40% Rabatt. Und ihr bekommt oben kostenlos noch drauf wieder Roast My Depot. Roast My Depot ist zurück. Ihr schickt uns euer Depot und wir prüfen es auf Herz und Nieren. Stellen euch richtig unangenehme Fragen und ihr bekommt dann von uns Feedback. Wie gesagt, 40% jetzt sparen. Schnell sein gilt nur bis Ostersonntag. Und Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und Leute, wir haben schon Feedback bekommen und zwar 0 Sterne von unserem Bundeskanzler. Kein Wort über Sparbücher. Absolut unseriös. Auch von einem anonymen Sozialisten. Er kann Beating Beta auch nicht empfehlen, denn Beating Beta bringt tatsächlich Rendite. So wie unser KI-Depot seit letztem Jahr doppelt so viel Performance wie der Nasdaq gebracht. Also Beating Beta wirkt und Sozialisten hassen unsere Plattform. So Leute, jetzt kommen wir schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bären schlagen Alarm in Form von JP Morgan. Hier seht ihr die Schlagzeile und es ist natürlich gerade die Frage, das Gesprächsthema an der Wall Street. Wann ist diese Mega-Rallye endlich vorbei? Wann kommt die Korrektur? Und JP Morgan sagt, und zwar in Person von Dubravko Lakos Bujas, dass das aus dem Nichts kommen wird. Dass die Korrektur eben die Anleger komplett auf dem falschen Fuß erwischen wird. Und dass man eben nicht vorher sagen kann, oh ja jetzt kommt es dann vielleicht, jetzt verkaufe ich entspannt. Sondern es wird nach Meinung von JP Morgan alle überraschen. Und der Chefstratege für globale Aktien bei JP Morgan hat die Kunden gewarnt unter der Woche. Und zwar, dass sie falsch positioniert sein könnten. Gerade bei der Momentum-Geschichte, dass wenn das in Stocken gerät, dass es dann eben schnell nach unten gehen könnte. Seine Tipps, seine Herangehensweise auf jeden Fall diversifizieren. Über das Risikomanagement nachdenken. Und vor allem ja über die Aktien nachdenken, die sehr gut performt haben. Dass die crowded sind und dass es da eben dann ganz schnell umschnappen kann in Richtung nach unten. Und JP Morgan rechnet mit einer heftigen Korrektur. Schauen wir mal hier drauf. Und zwar sehen Sie den S&P 500 am Jahresende bei 4200 Punkten. Also das ist ein Potenzial von mehr als 20% nach unten. Und JP Morgan sagt Ihnen, dass viele Goodies, viel Positives schon eingepreist ist. Zum Beispiel die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Dann Erwartungen von Zinssenkungen. Dann auch eine eventuelle Wiederwahl von Trump, die ja für die Börse auch gut sein könnte. Und er sieht auch, der Mann von JP Morgan, der Experte, kein Überraschungspotenzial, kein großes mehr bei Nvidia und Co. Und das ist die Angst, die gerade viele umtreibt. Gerade weil sehr viel Geld in den sehr großen Aktien steckt. Und wenn da das Momentum mal kippen sollte, dann kann es eben sein, dass es schnell nach unten geht. Und das fürchten anscheinend auch einige Insider. Die Bären haben letzte Woche natürlich diesen Chart rauf und runter gepostet. Hier seht ihr es, das Verhältnis Verkäufer zu Käufer. Und das ist sehr, sehr weit oben. So weit oben wie lange nicht. Wichtig, es bezieht sich auf Tech-Aktien. Das ist ganz wichtig, nicht auf den ganzen Aktienmarkt. Dann haben wir natürlich noch das China-Risiko. Auch unschöne Schlagzeilen wieder in dieser Woche. Da gibt es Probleme mit den Banken. Hier seht ihr es. Also es geht um die Immobilienkrise, die die chinesische Bankenlandschaft durchschüttelt. Und hier können wir auch noch auf den Chart schauen. Da seht ihr ja der steigende Druck. Also die schlechten, die faulen Kredite. Das wird immer höher, steigt immer weiter. Zum Beispiel die Bank of Communications hat am Mittwoch berichtet, dass die Quote für schlechte, faule Kredite im Immobiliensegment immer weiter gestiegen ist. Ende letzten Jahres auf 4,99%. Ein Jahr davor war es nur bei 2,8%. Und Hedgefondsmanager Ray Dalio warnt schon vor dem perfekten Sturm, wenn China den Laden nicht in den Griff kriegt. Also erstmal selber finanziell Schulden reduzieren, aber auch die Wirtschaft ankurbeln. Sonst, sagt Dalio, drohe ein verlorenes Jahrzehnt für China. Und vor allem mit den internationalen Konflikten. Ja, da warnt er sogar vor einem 100-Jahres-Sturm, wenn ja diese Spannungen mit den USA weiter sich hochschaukeln sollten. Und die Bären warnen davor, dass die Luftblasen doch alle gerade schon platzen. Man muss doch nur seine Augen mal aufsperren. Schaut euch zum Beispiel Fiske an, E-Autobauer. Die sind praktisch am Ende praktisch pleite. Wenn wir hier mal auf die Schlagzeilen schauen, ja, die müssen jetzt noch Notfalloperationen durchführen, um irgendwie noch im Spiel zu bleiben, auch wenn eigentlich schon alle wissen, dass das nicht mehr viel bringen wird. Hier gibt es einen Rabatt, einen Discount von 39%. Also das sagt für die Bären schon alles. Und das Einzige, was nach Meinung der Bären gerade noch richtig gut läuft, ja, das ist die Kampagne von Donald Trump und vor allem das Börsendebüt für Truth Social. Denn seine Aktien von Trump Media, ja, die haben ein spektakuläres Börsendebüt hingelegt. Mehr als 10 Milliarden Dollar die Bewertung. Das finden die Bären natürlich amüsant und gönnen Donald das auch. Aber sie sagen, das ist ja eigentlich auch eine Luftnummer. Klar, das ist was für Trump-Fans, für Trump-Unterstützer. Aber die Bewertung rechtfertigt jetzt die fundamentalen Zahlen eher weniger. Und dann hätten die Bären ja noch viele andere Probleme. Zum Beispiel die Brücke in Baltimore, die diese Woche leider gecrashed ist. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht nicht so bedeutend sein. Aber das ist ein sehr, sehr großer Hafen. Und das könnte natürlich auch die Lieferketten wieder ein bisschen unter Druck bringen. Und die Bären sagen, sehr, sehr viele Risiken. Und wenn wir uns mal die Attraktivität von Aktien anschauen, die Bewertung sowieso hoch. Aber schauen wir hier noch drauf auf diesen Chart. Und zwar schauen wir uns mal den Earnings-Yield an des S&P 500 im Verhältnis zum Yield zur Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen. Ja, da sind wir jetzt immer weiter unten und sind auf einem Niveau. Ja, das war zuletzt so niedrig im Jahr 2002. Jetzt wechseln wir aber zur Bullen-Seite. Und die Bullen wollen das gerne mal wieder alles einordnen. Die Bullen geben zu. Ja, das sind schon gewaltige Risiken. Vor allem China. Ja, das kann einem weiterhin nur große Bauchschmerzen bereiten. Aber fangen wir mal mit Earnings, Yield und Co. an und schauen uns mal zu dem Chart, den wir gerade gesehen haben. Ja, mal ein bisschen weiter die Historie noch weiter hinten an. Also traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und da sehen wir, in den 90er Jahren war diese Ratio noch viel schlechter, noch viel negativer. Also da waren Aktien, wenn man das daran sieht, viel unattraktiver. Die 90er Jahre waren aber von der Performance her nicht gerade so schlecht. Gerade ab Mitte der 90er Jahre. Und wenn wir mal auf die Insider-Transaction-Ratio schauen, dann sehen wir, dass wir, wenn wir auf dem breiten Markt schauen, die Schlagzeilen werden natürlich dominiert von Zuckerberg, Bezos und Co. und auch von den Tech-Verkäufen. Aber hier sehen wir, auf breiter Basis ist das gerade eigentlich relativ unspektakulär. Und da sind wir eher im neutralen Bereich. Und dann kommen wir zur großen Frage, wann kommt die Korrektur? Irgendwann wird natürlich immer mal eine Korrektur kommen. Aber die Bullen warnen vor dem Denkfehler, den viele auch schon vor zwei, drei oder vier Monaten gemacht haben. Nach dem Motto, jetzt verkaufen, es ist gestiegen, es muss eigentlich fallen. Schauen wir mal drauf, was in der Vergangenheit passiert ist im Durchschnitt. Auch wenn der Durchschnitt natürlich keine Garantie ist, wenn der S&P 500 fünf Monate in Folge gestiegen ist. Und da sehen wir jetzt eingeblendet, dass ein Monat, drei Monate, sechs Monate später oder auch zwölf Monate später im Durchschnitt der Index höher stand. Also das ist auch kein Grund, jetzt einfach mal blind zu verkaufen. Und die Bullen verweisen darauf, dass Stärke am Aktienmarkt oft noch mehr Stärke nach sich zieht. Wir können auch mal hier drauf schauen, immer mehr Aktien im S&P 500 über der 200-Tage-Linie. Nämlich haben wir gerade eine Marke erreicht, über 80 Prozent. Das ist schon ordentlich. Und das war in der Vergangenheit eben auch sehr oft ein Indikator dafür, dass die Kurse dann weiter gestiegen sind. Also das ist kein Indikator dafür, dass man sagen muss, in der Vergangenheit ging es dann immer runter. Nee, im Gegenteil, es ging sehr oft dann weiter nach oben. Und da passt auch wieder schön ein Kahnemann-Zitat rein für die Bullen. Also wirklich, Kahnemann, ich kann euch auch nur die Bücher empfehlen. Wirklich ein ganz toller Wissenschaftler, ein ganz toller Autor und Denker. Kahnemann hat nämlich einen schönen Satz gesagt. Ökonomen denken darüber nach, was die Leute tun sollten. Psychologen beobachten, was sie wirklich tun. Und das ist auch, glaube ich, ein gutes Statement für das, was an der Börse in den letzten Monaten und vielleicht schon auch in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist. Jetzt kommen wir zu einem schnellen Dossier und zum Thema. Die Zinsen werden vielleicht gar nicht fallen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Da machen sich ja viele Sorgen. Eingepreist, Zinssenkungshoffnungen. Und wenn sie dann nicht kommen sollten, geht dann alles den Bach runter. Wie kommen wir da jetzt drauf? Es ist gerade ganz spannend, was der Markt spielt. Und zwar immer mehr das No-Landing. Wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, was hier gerade los ist. Und zwar die Zykliker hier in Schwarz. Die haben sich zuletzt gut erholt, was ja schon auf eine wirtschaftliche Erholung hindeutet. Zumindest, dass die Börse, die Investoren, Wall Street darauf wetten. Und die defensiven Aktien zuletzt eher schlecht gelaufen. Also ein No-Landing, eine starke Wirtschaft, keine Zinssenkungen. Dieses Niemandsland, in dem wir uns jetzt schon seit einigen Monaten befinden. Und da befürchten eben viele, dass es dann irgendwann die große Enttäuschung geben könnte. Wie ordnen wir das Ganze jetzt ein? Also ich finde, die Lage ist gerade komfortabel in den USA. Denn wir haben die Zinsen auf relativ hohem Niveau. Das heißt, die Fed hat Spielraum. Die Wirtschaft ist aber nach wie vor stark. Also es ist für mich schon mal grundsätzlich eine komfortable Lage. Und Leute, wenn jetzt viele sagen, oh, die Zinsen werden nicht fallen. Dann schaut euch das bitte mal an, was auf der Welt gerade los ist. Wie die Notenbanken senken. Und da sehen wir, wir waren jetzt im März bei 55 Senkungen. Im Juni 2020 waren es 131. Ihr seht schon, wie das zuletzt nach oben geschossen ist. Also man kann sagen, global, auch wenn das natürlich nicht die wichtigsten Notenbanken alle sind. Trotzdem, global sind wir eigentlich schon voll drin im Zinssenkungszyklus. Und wenn die Fed stabil halten sollte, dann weiß ich auch nicht, ob das die Weltwirtschaft jetzt dann komplett in den Ruin stürzen wird. Und auf der anderen Seite kann man es auch so interpretieren, wir sind da schon voll drin. Und früher oder später wird die Fed dann auch mitziehen. Und zum Thema Inflation noch ein beeindruckender Chart. Denn eins müssen wir uns bewusst machen, wie hart die Fed eigentlich draufgehauen hat auf diese Inflation. Hier sehen wir jetzt die Inflation. Und in Rot, das ist jetzt ganz wichtig. Das sind Monate, in denen die Inflation gefallen ist und die Fed trotzdem die Zinsen erhöht hat. Früher war es ja oft so, wenn die Zinsen dann gefallen sind, hat die Fed nicht mehr erhöht. Und jetzt hat sie eigentlich in die fallende Inflation immer weiter noch draufgehauen im letzten Jahr. Und da seht ihr, wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, so entschieden ist eine Notenbank oder die US-Notenbank noch nie praktisch gegen Inflation vorgegangen. Das muss man sich auch immer wieder klar machen und die Inflationssorgen auf der anderen Seite, hier seht ihr zuletzt bei den Verbrauchern, bei den Consumern, die geht immer weiter zurück. Das ist jetzt natürlich keine Garantie, dass die Verbraucher recht haben. Aber psychologisch ist es natürlich auch wichtig, denn das ist ja auch immer ein Problem, wenn sich die Inflation in den Köpfen der Verbraucher verankert. Dann ist das natürlich auch nicht das Beste. Also auch auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und stellen uns die Frage her, was geht da noch? Sind wir vielleicht am Anfang oder zumindest noch lange nicht am Ende dieses Bullenmarktes? Und hier der Chart der Woche für mich. Den kennen zum Beispiel Beating Beta-Mitglieder schon seit einigen Tagen. Also da habt ihr einen massiven Vorsprung. Ich werde ihn jetzt hier trotzdem euch präsentieren. Und da sehen wir, wie sind wir eigentlich bewertet beim Risikoappetit, wenn wir einfach mal ein bisschen bereinigen. Also wenn wir zyklisches Wachstum rausnehmen und wenn wir die Saisonalität rausnehmen. Und dann seht ihr auf einmal, da sind wir jetzt nicht im Boom wie beim Reopening Boom vor zwei, drei Jahren, sondern wir sind eigentlich im neutralen Bereich. Und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingehen könnte und schauen uns dazu Research an von der Bank of America. Und da sehen wir jetzt mal, wenn man einen Bullenmarkt, die Bullenmärkte sehr langfristig betrachtet und säkular, nicht zyklisch. Dann seht ihr, wenn es hier so weitergehen sollte, wie viel Luft da noch nach oben ist. Und die Bank of America sagt, wenn das ein säkularer Bullenmarkt ist, wenn man es so betrachtet, dann kann der durchaus gehen bis 2027 oder in die 2030er Jahre sogar hinein. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mal diese Perspektive einzunehmen, mal rauszukommen aus dem Klein-Klein. Und das heißt jetzt nicht, dass die Risiken alle ausgeblendet werden komplett, dass wir sagen, das existiert alles nicht, wir werden jetzt alle reich. Darum geht es nicht. Natürlich wird irgendwann eine Korrektur kommen, aber ich finde auch dieses Statement, ja, eigentlich ziemlich nutzlos so gesehen mit diesem, sie kommt aus dem Nichts, denn es kommt an der Börse eigentlich fast alles immer aus dem Nichts. Also es sind im Zweifel immer die Überraschungen, die schwarzen Schwäne, die Unknowns, also Sachen, die wir nicht mal kennen, die uns dann komplett aus dem Gleichgewicht bringen. Also dass sowas immer aus dem Nichts kommt, ja, das ist eigentlich eine Weisheit und man muss natürlich auch sich immer klar machen, was wollen solche Banken natürlich auch, die wollen in die Schlagzeilen, das schaffen sie damit natürlich auch. Ich finde das auch faszinierend, ich rede natürlich auch gerne drüber und es macht einfach Spaß. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass sich Anleger damit auseinandersetzen, wenn es dann irgendwann mal einen Rückschlag gibt. Ich würde es jetzt gar nicht schlecht machen, ich würde es nur einordnen. Und natürlich will eine Bank im Zweifel auch, dass die Kunden was machen, handeln. Also das muss man sich auch immer klar machen. Ich habe ja auch noch ordentlich Cash. Ich glaube auch, dass es irgendwann natürlich mal einen Rücksetzer geben muss. Das ist auch keine kühne Prognose und dann werde ich nachkaufen. Und jetzt bin ich natürlich interessiert auf eure Kommentare, wie ihr gerade aufgestellt seid. Kommen wir noch zu ein paar Geldideen und eine Geldidee, Gewinnmitnahme. Und da sage ich ja, natürlich, warum nicht, ist vielleicht die bessere Formulierung statt ja. Warum nicht? Wichtig, keine Anlageberatung. Alles, was ich in diesem Video sage, ist einfach nur zur Inspiration da. Ich rede drüber, was ich mit meinem Geld mache. Und es ist ganz wichtig, ich kenne eure Risikopräferenzen nicht. Ich weiß gar nichts über euch. Ihr entscheidet bitte selber. Und alle Entscheidungen, die ihr aus diesem Video ableiten solltet, macht ihr zu 100% auf eigenes Risiko. Ganz wichtig, das ist hier keine Anlageberatung und es handelt sich auch um keine Empfehlungen. Gewinnmitnahmen, ja, warum nicht? Wenn ich jetzt auf dicken Gewinnen sitze, wenn ich auf richtig heiß gelaufenen Aktien sitze, warum soll ich nicht mal einen Teilverkauf machen, ist jetzt meine persönliche Meinung. Da kann man JP Morgan, glaube ich, da schon recht geben. Wenn man jetzt komplette Überkonzentration hat und nur in irgendwelchen Momentumdingern drin ist, die jetzt 300, 400, 500% im Plus ist, ja, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen. Und Diversifizierung und Co. ist ja auch nicht falsch. Und vielleicht auch mal schauen, ja, was ist da Günstiges draußen? Wir haben es vorher schon gesehen, es fließt mehr Geld in Zykliker und es gibt verdammt viele günstige Aktien da draußen. Wir haben ja am Montag in unserem neuen Format Klumpenrisiko zum Beispiel auch über Stellantis gesprochen. Ist jetzt einfach mal nur ein Beispiel. Small Caps sind nach wie vor auch sehr, sehr günstig bewertet. Man kann natürlich auch auf Märkte schauen wie China und Co. Jetzt noch ein paar spannende Insights von der Wall Street. Und zwar seht ihr hier von Trivariate Research mal Aktien, die es schwer haben könnten, wenn man es negativ interpretiert bei den Ergebnissen demnächst, weil die Erwartungen da hoch sind. Man kann natürlich auch sagen, da dreht sich vielleicht gerade der Wind. Denn ihr seht es hier, der Unterschied zwischen ersten Halbjahr und zweiten Halbjahr, wie groß da die Differenz ist, zum Beispiel bei Estee Lauder. Also das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Vielleicht mal interessant für euch die Aktien anzuschauen, wenn ihr drin seid. Ja, ob man dann da vielleicht auch mal Teilverkäufe machen sollte, wenn es eine Enttäuschung geben kann. Oder sich die Aktien vielleicht mal anzuschauen, auf die Watchlist zu packen. Ob es da vielleicht Überraschungspotenzial nach oben gibt, wenn die Analysten da so hohe Wachstumssprünge erwarten. Dann schauen wir noch auf JP Morgan auf die Top AI Picks. Und zwar außerhalb vom Chip-Bereich. Auch ganz interessant, was da dabei ist. Arista zum Beispiel, Coherent, Dell, Lumentum, Flex und Chabil. Und dann auch noch interessante Aktien, zwei von der HSBC. Und zwar passt das ganz gut zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ja, Inflationserwartungen kommen runter. Das bezieht sich auch darauf, dass es vielleicht ein New Normal geben könnte bei den Konsumern und Co. Und da hat die HSBC zwei Aktien, die sie favorisiert. Wichtig, auch keine Anlageberatung. Ubisoft und Avolta. Avolta auch spannend mit Sitz in Basel. Und zwar ist das ein offiziell, wie man das nennt, Reisebedarf-Detailhändler. Und da geht es einfach um die Duty-Free-Shops. Das ist ganz interessant. Die betreiben das in 65 Ländern, rund 2300 Duty-Free-Shops. Und die haben jetzt auch gerade Konzessionen hier bekommen in Indien. Da bauen sie gerade eine Präsenz aus. Also vielleicht auch ganz spannend mal für euch, sich dieses Unternehmen anzuschauen. Und viele Geldideen gibt es auch in unserem brandneuen Aktienradar. Auch natürlich mit dabei bei Beating Beta. Ich kann nochmal darauf verweisen, auf unser Angebot. Also wie gesagt, 299 Euro statt 499 Euro 40% Rabatt. Gilt bis Ostersonntag. Natürlich den ganzen Ostersonntag noch. Aber ich würde mich beeilen. Und da gibt es auch unseren Aktienradar. Den gibt es monatlich. Das haben wir auch neu innoviert, eingeführt. Und da gibt es auch eine Menge von Geldideen. Kurzfristig eher für Leute, die vielleicht mal eine schnelle Geldidee mitnehmen wollen. Aber auch langfristig. Da ist auch alles dabei von Dividenden. Aber auch dann bis zu Momentum und Co. So Leute, jetzt sind wir fast am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und weitergeholfen. Und ich bekomme einen Daumen nach oben. Natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir haben schon viele neue Interviews in der Pipeline. Spannende Streitgespräche und Projekte. Und es kommen geniale Gäste in den kommenden Wochen. Also würde ich unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde heute gerne schließen mit einem, ja, nochmal Zitat von Daniel Kahnemann. Der mich auch geprägt hat, kann man sagen. Ich habe natürlich auch die Bücher gelesen, schon sehr lange her. Und das hat mich damals auch wirklich begeistert. Und er hat auch ein schönes Zitat gebracht. Und zwar, es ist eine wundervolle Sache, optimistisch zu sein. Das hält einen gesund und hält einen auch robust und resilient. Und das ist, glaube ich, immer wieder das Learning, was wir auch daraus ziehen sollten. Auch aus meinem Briefing. Hoffentlich die Probleme nicht schönreden, klar benennen. Dass man weiß, dass es viel zu tun gilt. Und dass wir viel optimieren können. Auch natürlich hier, wir als Unternehmer denken jeden Tag über nichts anderes nach, als über Optimierung, aber trotzdem optimistisch sein. Und mit Optimismus geht alles leichter von der Hand. Und das schönste Beispiel ist jetzt die Nationalmannschaft. Vor kurzem noch auch ein ewiger Karfreitag. Und jetzt hat man zwei gute Spiele gemacht. Ein bisschen Frühjahrsputz, neue Kräfte. Und schon ist auf einmal eine ganz andere Stimmung da. Leute, ich habe schon Bock auf die EM. Und ich freue mich auch auf die nächsten Wochen mit euch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.